Hallo, herzlich willkommen zurück bei Black Mesa. Wir haben jetzt gerade hier quasi einen ganz neuen Bereich betreten. Ja, und ich bin ziemlich langsam, ihr kennt mich. Ich gucke mich immer noch ein bisschen um und mache und tue. Aber jetzt geht es hier mal weiter. Ich muss schon wieder mit so einem Teil hier fahren. Ja, ja. Wie gesagt, ich wäre dann soweit. Ich liebe die Half-Life-Ladebildschirme, wo einfach das ganze Bild, das ganze Spiel einfriert. Und man einfach da sitzen und warten muss. Langsam, 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 langsam. Hau die Deck. Jetzt ist es kaputt. Oh shit. Oh shit. Hoppala. Das waren wir jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Aber ich glaube, das gehört zur Sonne. Ich wollte eigentlich vorausgestiegen sein. Ich lege jetzt auf jeden Fall Leichenteile herum. Was ein bisschen abartig ist. Und dann geh schnell hier durch, Gordon. Fuck, ist das dunkel. Komm schon, komm schon. Das war aber knapp. Ist ja alles überflutet. Wie kann das denn sein? Ist es hier auch lang? Ja. Oh fuck, man. Wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich habe mich verirrt. Nee, doch nicht. Dann wollen wir hier runter. Oh shit. Fuck, man. I'm going to die. Scheißdreck. Nein, ich kann nichts sehen durch dieses rote Geflimmer. Gordon, nicht doch. Nicht doch. Das ist keine schöne Art zu sterben. Gordon, wo bist du denn rum? Komm schon. Das Schöne ist ja, das füllt sich wieder auf, wenn ich wieder Luft bekomme. Oh. Nicht so wirklich. Doch. Doch, tut es wohl. Ach. Ach. Bin ich nur falsch abgebogen. Puh. Das wird gespeichert. Das sind immer sehr heikel Situationen. Ach shit. Das Feuer sieht gut aus, ne? Was? Wie? Wieso werde ich denn hier erwischt? Heiß. Ach, guck mal da. Auch sehr lustig, dass die Sprinkler hier das Gas, äh, den Gasbrand löschen, der aus der, aus der Leitung kommt. Das ist natürlich nicht logisch. Aber wollen wir mal drüber hinwegsehen. Was bist du denn? Okay. Das war offenbar ein Wind mit dem Zaunfall. Geh nicht ins Wasser. Ohne das Vieh kommt hier rausgesprungen aus dem Wasser. Das klingt ja sympathisch. Dann sollte ich hier, oh. Scheiße, ich muss wohl durchs Wasser springen. Schwimmen. Hä? Ist das hier rutschig? Gordon. Du weißt doch, dass wir beide ein Problem haben, wenn es ans Springen geht. Hä? Huch. Bye. 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 Mhm. Also ich glaube, hier sind keine Soldaten. Kann das sein? Ah. Endlich ein Mensch. Haben. Hm. Oh, und Angst. Angst hat er. Wie süß. Aber auch ein bisschen nachvollziehbar, ne? Ich glaube, ich hätte auch ein bisschen die Hose voll. Willst du mich verarschen? Da glaube ich die verstanden. Hey, ich bin Gordon Freeman. Eine Beträubungspistole im Haikäfig. In dem Teil da, oder was? Ne, ist klar. Ich soll doch da jetzt nicht reinspringen, oder was? Ne, passt ja gar nicht. Dann würde ich ja vorbeispringen. Doch, da ist die Betäubungspistole. Und dann falle ich da rein. Um Gottes Willen. Kann ich das Teil nicht verschieben? Muss doch gehen. Eigentlich. Äh. Ich würde das gerne verschieben, dieses Ding. Den Käfig. Natürlich nicht. Hm. Ich trau mich nicht, aber ich muss. Hm. Ihr wollt es doch alle sehen, dass ich in diesen Käfig reingehe. So, gespeichert. Komm, ich bin sie raus. Ach so, hier. Äh. 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 Hilfe, fuck, man. Oh nein, das ist mir zu spooky. Ich mag sowas nicht. Wo bist du denn? Ah! Das ist erledigt. Puh Gordon Ah das ist das Scharfschützengewehr So da müssen wir jetzt hier nur wieder rauskommen Aus diesem Tümpel Was ich hier dann auch gerne würde Achso Ah verstehe Ah Ja Gordon Das macht natürlich Sinn Auch mal die Taschenlampe zu benutzen Das hätte mir eben auch was gebracht glaube ich Hab ich auch gedacht Dass wir hier raus kommen Ha Yeah Da ist ja das Scharfschützengewehr Wovon ich eben noch gesprochen habe Gott sei Dank So dann lassen wir uns jetzt mal von dem Professor Ein bisschen auf die Schulter klopfen Und ein bisschen vergöttern Ja und wo Wo muss ich denn jetzt lang Boy Na gut Dann gehen wir runter Wir werden es schon herausfinden Flup Muss ich hier unten doch her schwimmen oder was Könnte auch sein Ah Deswegen muss man auch das Viech besiegen Damit man das hier aufmachen kann Dann gehe ich schon nach unten So Stehen wir fast In der Tür des Türangel des Lambda Labors Hier das können wir auch aufmachen Aha Gut Sparen wir uns also ein bisschen Schwimmerei Ich hasse diese Viecher Die sind so ekelhaft Ich weiß auch gar nicht wie die da an die Decke gekommen sind Zu mir nichts Dir nichts Naja Wir müssen es einfach akzeptieren Ich bin froh dass sowas nicht bei mir zu Hause an der Decke wächst Dann würde ich aber die Krise kriegen Hä Wer hat mir denn gerade Schaden verpasst Ach die Tür die zugeben wollte Na toll Aber die kriege ich aber doch hier noch mit einem Dings kaputt oder Spare ich mir nämlich die Munition So kann man es auch machen Nein Nicht zu glauben Shit Das ist einfach unfair Ich hasse das Wenn ich so mir nichts Dir nichts auftauche Ohne Vorwarnung Und Zack Ist die Energie weg Na klasse Hm Ich werde jetzt schwimmt hier auch wieder so ein Viech drin rum Oh shit Ich mag sowas gar nicht So unter Wasser Sachen Mit Tieren Oh ich bin tot Da sind ja sogar zwei drin Äh ja Ich mag unter Wasser Geschichten nicht Ah Na da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum Da muss ich mich erstmal mental drauf einrichten Macht's gut Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal